Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und herzlich willkommen zu Tettetail, einem Horrorspiel. Und ohne groß rumzureden, fangen wir direkt an. Und zwar haben wir erst den 20. Dezember 1998, fünf Tage vor Weihnachten. Ich habe mir gedacht, das passt gerade, weil ja auch bald Weihnachten ist und heute ist ja auch der 20. Dezember. Deswegen dachte ich mir, ja, spiele ich mal jeden Tag hier ein Lerre bis zum Ende und dann haben wir mal was. Ja, in diesem Spiel bin ich übrigens ein kleiner Junge, der nachts heimlich aus dem Bett geht, um seine Weihnachtsgeschenke zu öffnen und heimlich damit zu spielen. Und zwar bekommt er zu Weihnachten ein Tettetail. Quasi eine Fake-Variante von den Furbies, wer die noch kennt. Und der möchte gewisse Sachen von mir. Der möchte zum Beispiel jetzt, dass ich ihm was zu essen gebe. Überlegt euch mal ein Spielzeug, was wirklich ist. Ihr habt es vielleicht auch schon bemerkt, da oben befindet sich so ein Lautsprecher-Symbol. Und zwar mache ich beim Sprinten immer ein bisschen Krach. Und auch wenn hier der Tettetail labert, macht er auch ein bisschen Krach. Das ist jetzt in dieser Nacht noch nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ich jetzt zuerst mir diese ganzen Tasks mache, diese ganzen Dinge hier. Das ist so ein Tutori, da zeigt mir jetzt, was ich wie, wo, wann machen muss. Es gibt ja eigentlich noch einen Akku, wo ich den seiner Batterie aufladen muss, aber das wird mir in dieser Nacht nicht gezeigt. Ja, und dann muss ich halt in den späteren Nächten darauf aufpassen, weil da wird man von etwas verfolgt. Oh, nein. Weil da wird man von etwas verfolgt und... Da darf man nicht so viel Kraft machen, weil man sonst geschnappt wird. So, geh ins Bett. Jede Nacht endet damit, dass man ins Bett geht. Ich weiß, das Video ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen kurz, aber das lässt sich nicht ändern. Vielleicht wird das morgige Video etwas länger. Je nachdem, wie gut ich mich mache. So, ich möchte übrigens das gute Ending erreichen. Jedenfalls versuche ich es. Und ich glaube, dazu gehört auch, dieses Telefon nicht zu benutzen. Und ich glaube, wir müssen halt alle Eier finden. Ich weiß nicht, ob die Eier wichtig sind, um das gute Ende zu erreichen. Oh. Aber ich möchte trotzdem einfach mal alle finden. Oh, sehr interessant. Wir haben einen Haarball gefunden. Ah, ich gehe lieber nicht raus. Und gute Nacht. Ja, Leute, das war es leider schon mit dem Video. Es war sehr kurz. Es tut mir leid. Aber ich mache ja morgen das nächste. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Und bis dahin erstmal. Tschau. Und bis dahin. Bis zum nächsten Mal.